Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist los mit dir? Ich auch. Wer bin ich? Wann bin ich? Wo bin ich? Wer bin ich? Nein! Nein! Was? Was? Ich glaube ich nehme jetzt den Elektro-Vogel mal. Elektro-Vogel! Blitzvogel, wie das aussieht. Boah, diese normalen Waffenkisten sind irgendwie echt schrott mittlerweile. Kauf dir mal die beste im Laden. Mit was schießt dieses Ding hier eigentlich? Alles klar! Ähm, ja. Jut! Are you ready? Ich bin bereit. Du 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 du. Das ist wahrscheinlich nur eine kleine Side-Area, oder? Wahrscheinlich ist es... Let me have a look. Okay, klein ist was anderes. Aber hier ist ein Schnellreise-Ding, sollen wir kurz nach New Haven? Vielleicht. Ich bin sehr verwirrt, ich bin einfach gerade dermaßen massiv, warte mal, wie heißt das ich hier? Chromes Canyon, okay. Und für alle, die gerade zugucken, das war übrigens euer Discord, bei mir war nicht. Was? Verstehe ich nicht. Okay, also wir haben einmal Hannah Pierce, die eine neue Quest hat, hat Claptrap gesagt, und am schwarzen Brett. Middle of nowhere, Überprüfung. Ich kann man den Inhalt der Kammer gegen Waren eintauschen. Schwarzes Brett überprüft, Mr. Jones, ach, gehen wir mal kurz zu... Ich wollte es gerade sagen, weil wenn ich mal kurz zu Scooter wegen der einen komischen Quest. Ne, ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich habe sie abgegeben. Incendary Longbow, Longbow-Granaten. Okay. Ich schau gerade mal, jetzt müsste die weg sein, ja. Vielleicht kann man Quests sicherheitshalber nicht abgeben, wenn man keinen Platz im Inventar hat. Und ich habe die abgegeben, du hattest keinen Platz, vielleicht? Eigentlich nicht. Oder hast du die Quest vielleicht gar nicht angenommen? Was? Ne, ich habe die ja vorhin definitiv abgegeben, das weiß ich nur. Vermisste Personen, suche in New Haven nach Hinweisen zu Sean Stockel... Ne, dann machen wir das doch gleich, wenn das hier ist. Nach Sean Stockelies, Schicksal. Okay. In New Haven oder was? Ach, da hier unten. Oh Gott, oh Gott. Wow! Hast du auch die Terrible Carnage? Wo? Warte, ich zeig's dir kurz. Pass auf. Du schießt dich selber ab. Das Ding schießt Raketen. Alles klar. Alles richtig gemacht. Hast du irgendein Problem mit mir? Weil die langsam, die fliegen. Das ist dein Schrotraketenwerfer. Ja, dein Raketenschrotwerfer. Und später beschwerest du dich wieder, dass du keine Muni mehr hast. Von den Schrotraketenwerfern. Genau. Wie sagst du, den Kühlschrank hatte ich in Ruhe gelassen? Weil ich die Waschmaschine begutachten wollte. Das ist jetzt meine Waschmaschine. Ich glaub, die fliegen genauso schnell wie du läufst. Lass uns das mal kurz ausprobieren. Soll ich zum Wetter mit deiner scheiß Rakete machen? Ja. Schaltet Reaver aus und bricht dir, was du herausgefunden hast. Okay. Mal raus. Drei, zwei, eins, lauf los. Nee, deutlich schneller. Aber bloß auf den ersten Metern. Wer braucht schon einen richtigen Arzt? Wird ihr meine Appetite visieren? Nein. Nein. Du hast jetzt, nehme ich an, reine Vorsichtsmaßnahme auch rechts dran stehen. Reaver getötet? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt in Chrom's Canyon, weil das sind drei unserer Quests. Okay. Beziehungsweise in Chrom's Canyon zurück. Hast du gerade irgendwas, was du ausleben musst oder irgendwas, was du verarbeiten musst? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht. Irgendwas kommt hier nicht. Wie viel Munition hast du für dieses scheiß Teil? Ich hab noch nicht mal das Upgrade dafür. Ich glaub, wir müssen schon Fretten Munition als Upgrades kaufen. Alter, eigentlich... Ich glaub, wir sind jetzt im Limbo, weil eigentlich hätten wir jetzt ein Duell. Schließlich Schätze wegen ist beide eine Fehlermeldung. Schade, ich dachte, wir können uns hier beschießen. Das wär echt mies. Vor allem richtig mies wär's, wenn das Spiel das nicht richtig überträgt und wir quasi dauerhaft das Duell hätten. Also, wir würden uns die ganze Zeit beschießen können gerade. Gut. Wir gucken, was da oben ist. Sie haben sich versteckt. Ich bin ein neugieriger Mensch. Das wird mir einfach aus dem Blut wegspritzen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Hier oben ist gar nichts, oder? Nein, ich komm wieder runter. Aber das sah dann auch aus, ja. Ja. Ich werde oft mit meiner Neugier enttäuscht. Aber ich glaube, ich weiß, wovon unsere Neugier nicht enttäuscht wird. Wenn wir jetzt dann hier links gehen, kommen wir ewig weit hoch. Das hat nichts zu bedeuten, Franklin. Hier, wieder ein bisschen Geld sammeln. Wie viel Geld hast du eigentlich? 215.000. Ganz cute. Ich hab 260. Ja, ich hab mir zum Beispiel einmal diese Mont, die ich gerade hab, die hat mich 200.000 gekostet. Alles klar. Oder waren es 100? Auf jeden Fall arschviel. Boom. Wow, kommt der auf einmal her. Hier eine Schussflinte. Äh, eine Raketenflinte. Ich dachte, der das tötet. Der braucht das. Verdammt. Boah. Das verzieht einem 2 auch so krank, wenn man mit einem Sniper schießen will. Das weiß ich gar nicht mehr. Das kommt mir so richtig übel vor. Ja. Das sind 2 auch so. Alter. Deine Granaten. Hört sich einfach so seltsam an. Okay, das hilft. Ich wette mit dir, wenn man irgendwie da hochkommt, wär da ne Kiste. Da hinten ist ne Waffenkiste. Yay. Oh ja. Was gut ist drin? Die Tage dieses Dings sind gezählt. Guck sie dir an. Alter, was ist das? Was, alter, was ist das? Das sieht ja auch übel geil aus. Guck mal, wie die feuert. Alter, kommt die Kugel zurück? Nein. Die hat unendlich Munition. Das ist ne Energiewaffe. Alter, ich bin ein bisschen neidisch. Das ist ne Aridion. Ist das nicht Aridion? Das ist ne Aridion. Das ist so ne Alienwaffe. Alter, die sieht ja auch übel cool aus, HLGZ. Hat sich echt schon gelohnt, hier raufzukommen. Ja. War dein Plan? Ach so mein Leben. Ich weiß nicht, warum ich das getan hab. Ach so, willst du es mich auch noch umbringen, wenn wir beide tot sind? Ich wollt's versuchen. Mist, gell? Du hättest das mal bei mir sehen soll. Ich stand direkt neben dem Ding, hab drauf geschossen und bin einfach explodiert. Komplett ohne Sinn. Es hätte nichts gebracht, dieses Ding zu erschießen. Das ist ideale Waffe für mich. Die braucht keine Munition, die hat nur Energie. Ja, gell? Wenn man das Systemauspektpunkt sieht. Ach übrigens Flo. Ja. Wieso lebe ich noch? Da drüben ist nochmal ein Fass. Verdammt. Jetzt bin ich fassungslos. Hahaha, okay. Oh. Hier ist nochmal so eine Schockflinte. Nein, nimm die. Crap. Wir wissen wie viel Schaden die ihren Gegnern macht, wenn ich mal nen Gegner finde. Acht. Und da sind sie. Die haben die meinen Geschützplatten weggemacht. Sie haben dich einfach weggemacht. Kann doch nicht so nah hin, weil sonst bin ich auch im Marsch. Ey, ich werd die nicht tot kriegen, nehme ich an. Wir haben die meinen Geschützplatten weggemacht. Die haben die meinen Geschützplatten weggemacht. Ich schieße ganz hinten daneben. Alter. Ich mach halt einfach 17 Schaden an dem. Vielleicht ist die Energiewaffe bei denen nicht gut? Nein, ich habe sie auf die andere gewechselt, weil ich dachte, es liegt an der. Los, Bloodwing, töte. Jetzt ist es so ein Blitzvogel, der rumfliegt. Hier, frisst eine Granate, daran stirbst du sicher. Ich glaube, das ist stärker als der Boss gegen den wir gleich kämpfen werden. Okay, ich muss diese Flinte austauschen, das ist ja grausam. Ja, die meisten Flinten sind nicht so der Hit. Erstmal ein Combat Rifle ausrüsten. Dafür findest du zumindest genug Muni. Was hab ich da jetzt eingesammelt? Nichts Gutes. Nichts Gutes. Mh, ihre. Gib mir jemand Position. Der passt das? Fischrecht, steh knapp am Rand, damit wir nie gerückt. So, ich bleib jetzt mal kurz im Kreis. Ah, jetzt bin ich voll. Wo kommt denn das jetzt? Achso, da kommt nur wieder... Ne. Ah, okay, wir müssen da oben hoch dann erstmal. Ja. Warte, lass mich natürlich... Ja. Spät. Wirst du in den Sniper testen, nicht wahr? Ja. Anna, I didn't thought about that. Äh... Oh Gott, shit. Also, ich kann die Muni brauchen. Hier. Also, sie muss die Energie nachlaufen. Kann der bitte sterben jetzt? Oh Gott, shit. Ich kann die Muni brauchen. Ah, da vorne ist, glaub ich, die erste Dose. Dose? Mit Frühstücksfleisch. Mh. Das hab ich am liebsten. Okay, dann geh ich mal... Oh, warte. Ist da hinten... Ist das dann ne Sackgasse da hinten? Da oben ist, glaub ich, auch was drin. Wir müssen irgendwie da rauf. Ich möchte kurz gucken, ob das ne Sackgasse ist. Ja, ist eine. Oh Gott. Ich hätte nie hier rauf kommen dürfen. Ich hätte nie hier rauf kommen dürfen. Hast du Spaß? Nicht wirklich. Das reicht's mal. Angriff! Dosenfleisch. Dosenfleisch. Äh, ich glaube, wir müssen mich auf dieses komische Ding da unten nehmen. Nämlich drauf dann. Das Boot? Ja. Let me have a look. Guck mal. Ich seh's halt nicht mal. Warte, ich versuch mal rauf. Ja, bin drin. Oh, da ist doch nix scheiß drin, oder? Bisschen Geld und ein bisschen Zeug und ein Schild. Accelerated Acid Burst. Holy shit. Irgendwas hat mich gerade mit dem Raketenwerfer abschießen wollen. Da seh ich. Ich kann ja meine Energie-Sniper wieder ausprobieren. Hm, okay. Okay. Darfst du's? Ja. Die macht Seibschaden, seh ich grad. Geht er nicht hoch, da ist ein Raketenwerfer, Henni. Ne, der ist gerade runtergeflogen. Haben wir grad gekillt. Dann darfst du gerne hochgehen. Hm, ne Stück Dose. Fleisch. Ja, ne Stück Dose Fleisch. Mein deutsches Bröckli weiß ich nicht so schnell. Ja, ich merk's. Du hast irgendwie so einen leichten Schlaganfall. Vorne ist nochmal Frühstücksfleisch. Weißt du, woran das liegt? Ich muss mich anders hinsetzen. Warte. Du regelst das jetzt. Ah. Okay. Super Top-Mod is engaged! Wow, was ist denn mit dem Typ? Wow! I've got a feeling. That tonight can be a good night. Ich bleib in der Reichweite, wenn es tot ist. Alles klar. Danke. No problem. Der hinter uns lebt. Der hinter uns lebt übrigens immer noch. Ich weiß. Ich hab mich jetzt mal um dich gekümmert gedacht. Nein! 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 Was passiert? Ich hab einer runtergesprungen. Achso. Ich dachte jetzt irgendwie wunderbar ist. Okay, warte mal. Lass mich kurz meinen Skillpunkt vorgeben. Warte mal. Ich muss das Ding wegtun. Das ist ja grausam. Mir gefällt das nicht, dieses Geschrei. Wenn das näher kommt. Wie scheiße. Einfach. Ja, genau. Das ist mit der Knapp zum Retten. Soll ich maximales Leben oder magazinegröße skillen? Ich skillet das an meinen Schildbruch. Erstmal Schilde ignorieren. Easy. Ach komm. Maximales Leben. Damit ich mal endlich ein bisschen tanky bin. Oh, da ist ein Claptrap. Hab ich schon angenommen. Okay. Sie kommen. Markiere ich die Claptrap-Quest. Moment. So. Er wird mastigen da. Wow. Was war das gerade? Was war das gerade? Ein unaufhörlicher Schwall an Gegnern naht. Ja, weil immer noch diese goldene Elephant Gun. Die ist so gut. Hm, Dosenfleisch. Das ist glaube ich das letzte. Ich sehe das Reparatur-Kit, Patrick. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Das ist nämlich hinter uns. Okay. Ja, das hängt da an so einem Seil. Okay, gibst du es dann auch gleich zu Claptrap, dann... Ich muss erst mal gucken, wie ich es wegbekomme. Das Seil anschießen vielleicht? Schaut nicht danach aus. Ach, warte mal. Ich glaube, ich muss da rüberspringen. Über diese Fässer. Nicht drauf schießen. Das war's das. Ja, hab's. Der war glaube ich hier unten leuchtet. Oh, hier ist noch ein blaues SMG. Hab's dir Tiger. Säure SMG. Äh, wo ist Claptrap? Kannst du bitte mal kurz das markieren? Ja. Weil ich fitte den sonst nicht. Ich geh dahin, wo er war. Ah, ich seh ihn schon. Hat sich erledigt. Okay. Dann geh ich wieder zurück. Ah, klar. Drei Kapazität wieder. Der Typ da hinten hat gerade das Fass neben mir kaputt geschossen und mich fertig gemacht. Er hat ne Waffenkiste. Okay. Find's nett, dass du mich hast sterben lassen. Uuuuh. Nice. Das hast du eigentlich nicht verdient dafür, dass du mich hast verreck gelassen. Ähm, warte mal ganz kurz. Nein. Du hast mich verreck gelassen. Ich warte nicht mehr. Ja, ne, passt. Die, wo ich an habe, ist Stärke. Dann gib die mir. Ist das ne... Ja, wenn du ne Klassen-Mod willst. Äh, für den... E-Germine. Ach du meinst die Klassen-Mod? Ich dachte, du meinst das Sniper. Ja. Das ist ein Zeitschaden-Mod. Das ist ein Zeitschaden-Mod. Wie höll der? Erwischt. Platt. Na komm, wie konnte ich das denn jetzt verfehlen? Ich hab mal was gefunden. Ich hab mal was gefunden. Ich hab mal was gefunden. Aber im Level kann ich das ja nicht benutzen. 28. Ach du kannst es noch gar nicht anziehen. Dann pass mal auf, dass du es nicht verkaufst. Ja. Werde ich nicht, ist es lila. Da guck ich immer zweimal. Scheiße. Sieh dir das an. Ach scheiße. Sieh dir das an. Oh Gott. Ja. Suddenly Gegner gespawnt. Aber schon wie viele halt? Scheiße. Kill den Kleinen. Okay. Kannst du ihn runterschießen? Ne, er muss eigentlich nur herkommen. Okay, die ist ja komplett broken. Äh, beschissen. Stirb. Du räudiger Hund. Ja, ja. Verspinde. Fick dich weg, du homo Fürst. Müsste hier nicht Reaver sein? Ja. 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 Was hat er grade gekostet? Äh, das glaub ich nicht meine SMG. Die trifft zwar einfach gar nichts, aber macht Schaden wie Drecks war. Kann ich dir irgendwie helfen? Ne. Wer dann scheiße gesagt hast. Na ja, wenn du mein Geschützturm Placement siehst, dann weißt du es wahrscheinlich. Kill den rechts. Oder den Schläger links. Sind beide fast tot. Ich mach kurz nichts. Okay. Ist der der Geschützturm? Er ist schon wieder weg. Das war so platziert, dass es hier quasi nicht durchgucken konnte. Ah, okay. Einfach gegen die Wand geworfen. Dass sich das Geschützturm dachte, dead wall is awesome. Warte mal. Ich hab jetzt irgendwie grad 5000 Sachen aufgehoben. Uh. Die nehm ich. Oh Gott. Reaver. Was? Der Boss. Weißt du was? Vergehen Flammen. Vergeh einfach in Flammen. Das waren keine Flammen. Das war heute. Stimmt. Ist da wieder ein Sniper drin. Schaut so aus. Alles klar. Der neueste Stand der Technologie. Willst du die? Brauchst du sie denn? Dann sonst nehm ich sie. Sie brauchst du nicht unbedingt. Was macht die denn, wenn der neueste Stand der Technologie dran steht? Probier's halt mal. Oh mein Gott. Was? Der erste Schuss ist präzise des Grauens. Die verzieht keinen Zentimeter und danach ist eklig. Echt? Ja. Lass mal fallen. Ich will's mal ausprobieren. Das kannst du ja auch haben. Ich find sie nicht gut. Warte. Wo ist? Da. Eingabetaste ablegen. Und dann. Jetzt hab ich sie im Menü. Ne. Ich hab jetzt die falsche Waffe abgelegt. Ne blaue ist es. Gib mir jemanden Position. Leertaste wegwerfen. Super. Damit hab ich nicht gerechnet. Kannst du wie gesagt haben. Ich find jetzt nichts zur Knorke. Die SMB fand ich in Krabbelig. Nämlich lieber das so. Es geht schon besser. Oh. Das ist ne Waffenkiste. Ne SMG. 2 SMGs und beide sind echt schrottig. Ich nehm sie mal mit. So. Jetzt guck ich kurz mal kurz was wegen dem Dosenfleisch. Ich hab das letzte grad gefunden. Echt? Ja. Weil ich wollt grad gucken ob das noch woanders ist. Aber dann hat sich das erledigt. Gut. Ähm. Wollen wir dann Krom auch gleich machen? Ja klar. Okay. Oh warte mal. Ich muss mal. Ne. Pust. Zwar ist ne Zeit lang recht easy. Aber jetzt mittlerweile ist wieder hier bissl happiger die Gegner. Bisschen mehr Action. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Äh. Wenn man bedenkt wie wir angefangen haben. Mit komplett aufs Maul kriegen des Grauens. Also vom Zweier war ich das halt so gar nicht mehr gewohnt. Den Eins hab ich so lange nicht mehr gespielt. Dass es so seltsam war irgendwie. Was soll ich sagen. Ich hab das Spiel seit vier Jahren nicht mehr gespielt oder fünf. Ich glaub ich länger. Wie gesagt ich hab's bei Release gespielt und dann nie wieder. Aber nicht schweiß ne Kacke ist. Sondern weil äh hat da keiner mehr gezockt ne. Meier hat Zweier draußen und der ist besser. Ich denke da wird auch jeder zustimmen. Boom. Das Ding ist eigentlich gar nicht so kacke. Probier ich mal statt dem hier aus. Alles klar. Der Bass hat dich da grade getroffen. Alles klar. Der schrubflippen Goblin da. Der wird mich fertig machen. Ich lass mal fest vom Leben weg. Dass er wegläuft. Das war jetzt mal Nahkampf. Das war nicht der Hit. Hatten jetzt gerade beide gleiche Idee. Ja. Wahrscheinlich hat es auch beide Nahkampfangriffe gebraucht damit er gestorben ist. Ich geh erstmal hier links. Geh weg. Ich will das nicht. Ich seh nichts mehr. Ich mach jetzt mal. Ich muss jetzt mal die ganzen Fässer kaputt schießen bevor sie mich wieder umbringen. Nein. Und das ist nicht mal unbedingt duftige Gegner, sondern auch durch mein eigenes Verschulden. Er schwebt bei mir in der Luft. Ich glaube, ich habe eine Einsehung. Folge mir. Ne, eine Vorhersehung. Es geht doch schon wieder los. Ich wette mit dir. Hier ist ne Kiste. Alter, diese Schrotflinte. Die nehm ich. 253 Schaden. Da steht auch heilige Scheiße mit dabei. Echt? Warte. Das habe ich gar nicht gelesen. Warte. Guck mal, die beschreiben durch die heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das Ding schießt. Oh, Raketen. Ja. Okay. Ich muss kurz was wegwerfen. Das erklärt natürlich den Schaden. Jetzt können wir, jetzt können wir nämlich wieder umdrehen. Weil ich habe auf der Karte gesehen, dass es hier nicht weiter geht. Deswegen dachte ich mir schon sowas. Jetzt habe ich vier verschiedene Schauspieler ausgerüstet. Ich bin für alle, bin Altzeitbereuer. Theoretisch bräuchst du ja mehr für jedes Element, ne? Wenn halt einmal eins keinen Schaden macht. Ich habe jetzt halt eine für den Kurzrange, die Energie und eine, die heftig Schaden macht, aber kein Element drauf. Ja, klar. Ich habe in Borderlands 2, da habe ich hier auch den, den, wie hießen denn 2? Äh, den Assassin meinst du? Den Assassin, ja. Da habe ich den Assassin gespielt und da habe ich bei dem Sniper immer eins gehabt, das gar kein Element hatte. Weil das war mir eigentlich am liebsten. Die machen meistens noch mehr Schaden. Ja, genau. Okay, das macht an dem Knallharten Raider keinen Schaden. Da steht zwar heilige Scheiße, aber ich denke nur heilige Scheiße macht das wenig Schaden, so. Gut. Das ist Granaten-Mod. Äh, hier ist ein SMG. Äh, der geht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventor, ich habe alles eingesammelt. Ja, ein bisschen.